Die Sadaqah, die Spende, ist ein Burhan. Was heißt Burhan? Burhan heißt eigentlich Hujjah, so etwas wie ein Beweis, ein Argument. Das heißt, der Prophet sagt hier, die Sadaqah ist ein Argument für was? Ein Beweis für was? Für den Iman der Person. Und für die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Denn inwiefern ist das ein Beweis für die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit? Der Mensch gibt nur für etwas, das ihm lieber ist. Du gibst etwas, das dir lieb ist, nur für etwas, nur im Tausch gegen etwas, das dir lieber ist. Ist das so oder nicht? Jeder Tauschhandel basiert eigentlich darauf. Du gibst etwas, das dir lieb ist, und zwar das Geld, für etwas, das dir zumindest in diesem Moment lieber ist. Tausch das dagegen ein. Und die Sadaqah ist ein Burhan in diesem Sinne. Du gibst dein Vermögen, um damit etwas zu erhalten, was dir lieber ist, das Wohlgefallen Allah Ta'ala, der Lohn Allah Ta'ala, seine Vergebung, Zufriedenheit. Deswegen sagte der Prophet, die Sadaqah ist ein Burhan. Und er sagte, Eernot, Jeder Mensch ist ihm Schatten, seine Sadaqah, die Sadaqah, die Sadaqah. Vielen Dank.